Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe heute für euch den Apex Legends Season 8 In-Game Trailer. Er war sehr geil, das kann ich schon mal versprechen. Und es ist ein Trailer, der mich endlich mal wieder richtig hyped auf Apex Legends. Zur Zeit läuft es ja nicht so gut, beziehungsweise auch der Start von Season 7 war nicht gerade der gelungen. Das muss man einfach sagen. Viele von euch haben auf Twitch mit mir live den Trailer verfolgt. Das war ein absolut erfolgreicher Stream. Danke für so viel Support. Damit habe ich so nicht gerechnet. Ich zeige euch jetzt den Trailer. Es gibt eine kleine Analyse. Es gibt eine Menge zu sehen. Der Trailer geht gerade mal zweieinhalb Minuten. Und wir sehen im Trailer heraus, dass wir, so wie es aussieht, Gott sei Dank nicht bei der neuen Legende Fuse die passive Fähigkeit. Dort wurde nämlich geleakt, er kann drei Granaten pro Slot stacken. Das scheint tatsächlich nicht so zu sein. Das ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber der Trailer gibt uns Aufschluss, dass es etwas völlig anderes ist, was auch sehr, sehr geil ist. Und ich habe nicht die Sorge, dass Fuse vielleicht die größte Abfuck-Legende nicht böse gemeint ist, aber dass sie extrem nervig ist, so wie Caustic vielleicht. Lasst euch jetzt mal überraschen. Und ich habe noch eine weitere Information, die gibt es ganz zum Schluss. Da hat sich Respawn zu Wort gemeldet, es geht um Legenden wie Caustic oder Gibraltar von der Masse her. Warum sich Respawn dagegen entschieden hat, nochmal so eine Legende zu bringen. Und das scheint so ein Dauerbeschluss zu sein. Dazu zum Schluss nochmal, wie immer jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends gerade zur Season 8 nichts verpassen wollt, würde ich mich sehr drüber freuen. Viel Spaß beim Trailer und danach die kleine Analyse. In a world where only survival matters, the greatest warriors from every corner of the Outlands compete for fame, fortune and glory. There's just one problem. They play by the rules. Here comes a little old school. Walter Fitzroy is Fuse. He was born into a world ruled by Chaos. And he thrived in the mayhem. Bloody hell! The Champion of Salvo has arrived. Wie? Bist du mit! Shut him down! Check it out, fellas. Tell the devil Fuse sent ya. Oh, I'm a big fan of yours. Here comes your knuckle cluster. Everybody needs a clean attraction. Respawn Entertainment and Electronic Arts present Walter Fitzroy in Mayhem. The chaos begins this February. Here comes the motherlark. Ha 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 ha! Wer sich übrigens wundert, warum wir so ein komisches Bildformat am Anfang haben. Ich habe mich auch sehr gewundert, ob hier vielleicht irgendwie die Qualität völlig verkehrt war. Aber das ist Absicht und das soll so ein bisschen an die, ich sage mal, 80er ungefähr anlehnen. Es sieht alles noch ein bisschen oldschool aus. Das Bild ist mega unscharf, als würde man auf einem röhren Fernseher schauen und so weiter. Also das ist eine absolute Absicht gewesen. Nicht, dass jemand denkt, dass hier mit dem Trailer irgendwas nicht in Ordnung ist. Was ich vorab noch bemerken möchte, ich gehe gleich noch, wenn der Trailer hier zu Ende ist, wieder, gehe ich noch auf die offizielle EA-Seite. Dort sehen wir die ganzen Spots, die sich geändert haben, wieder in so einer Art Schieberegler-System, wo wir sehen, wie der Spot vorher und nachher aussah. Dort kann man das ein bisschen eindrucksvoller zeigen. Also gehe ich nicht auf jeden Spot so extrem ins Detail, das nur mal vorab. Das Erste, was ich hier eigentlich ansprechen müsste oder möchte, das ist für mich wahrscheinlich die Tatsache, die Brawler scheint nach wie vor eine rote Care-Package-Waffe zu sein. Wir sehen sie hier mit einem neuen Waffenscharme von Fuse, ganz klar. Und es ist halt auch wieder dieses goldene Visier drauf. Das ist zwar kein hundertprozentiger Beweis dafür, dass ich jetzt recht habe, ich gehe aber einfach davon aus. Und im Hintergrund sehen wir natürlich schon ein paar neue Spots auf dem Kings Canyon. Hier haben wir den ersten Finisher von Fuse, ganz klar. Und hier sehen wir, wie hier oben so eine kleine Mini-Ulti-Granate von ihm runterfällt als Finisher-Ultra-Nice. Zack. Close-Line. Wie so ein Wrestler halt. Hier sehen wir einen absolut schicken Loba-Skin. Es scheint kein Battle-Pass-Skin zu sein, denn wir werden gleich auch noch ein paar Battle-Pass-Skins sehen. Zumindest die legendären, die auch sehr, sehr geil aussehen. Hier haben wir die zwei neuen Skins aus dem Battle-Pass. Das ist einmal links ein Bangalore-Skin. Sehen wir gleich detailliert noch ein bisschen geiler. Ist für mich so ein bisschen in Anlehnung wie der Lifeline-Skin aus dem Iron-Crone-Event in Season 2. Und der Lifeline-Skin, der ist auch ganz nice. Sehen wir gleich noch ein bisschen besser. Also, wir sehen hier erstmal den Lifeline-Skin. Ist jetzt für mich nicht mein Top-Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist noch ein G7-Skin übrigens dabei. Aber dieser Skin, der ist der geilste Skin, den meiner Meinung nach Bangalore endlich mal abbekommt. Und auch der Flatline-Skin, der hier drauf ist, der überzeugt mich absolut. Dann haben wir den Level. Ich gehe von Level 100 aus. So spannend ist der Skin für die Longbow jetzt nicht. Vielleicht ist es auch der 110er. Er sieht geil aus für alle Sniper-Spieler. Ihr werdet euch wahrscheinlich freuen, dass es endlich mal einen Battle-Pass 100er oder 110er-Skin gibt. Für eine Sniper-Waffe. Er sieht auf jeden Fall stark aus. Aber, naja, ich bin halt kein Sniper-Spieler. Hier sehen wir das erste Mal die 30-30-Repeater. Ich habe im Livestream und auch allgemein ein bisschen gerätselt, wie wird die Waffe ausgestattet sein. Es haben einige im Stream gemunkelt. Entweder sind es drei Schuss am Anfang ohne ein erweitertes Magazin oder auch sechs Schuss. Ich gehe aber von drei Schuss am Anfang aus. Warum, seht ihr gleich. Und auch die Lade-Animation sieht ultra, ultra stark aus. Und wie wir hier sehen, ach nein, okay, Standard 5 Schuss. Okay, da habe ich das zu spät verfolgt. Es hat Standard 5 Schuss und es scheint so zu sein, dass wir aus der Hüfte einen anderen Feuermodus haben, als wenn wir ins Visier gehen. Das kann aber auch sein, dass das täuscht und wir, ähnlich wie bei der Sentinel, sie entweder aufladen müssen oder einfach mit einem Aufsatz, der vielleicht schon integriert ist, einfach den anderen Feuermodus aktivieren können. Das werdet ihr auch gleich noch sehen. Hier merkt ihr, wie der Schuss sich auflädt. Ganz, ganz deutlich. Ich dachte ursprünglich erst, es ist eine andere Waffe. Es ist aber die 30-30, definitiv. Schaut nochmal kurz die Feuerrate hier. Moment, das war nicht weit. So ein bisschen wie die G7. Und hier hat man richtig gehört, wie er den Schuss auflädt. Da bin ich echt gespannt. Das war noch ein Finisher oder ein Ansatz. Und hier haben wir von der Draufsicht einen absolut genialen Ausblick auf dem Kings Canyon. Links sehen wir die Artillerie. Das sieht schon sehr, sehr geil aus. Rechts haben wir Crashed Ship. Das ist ein neuer Spot, so nennt er sich dann. Wie gesagt, auf der EA-Seite zeige ich gleich noch ein bisschen im Detail ein paar mehr Informationen dazu. Das ist eine Neuerung auf dem Kings Canyon, kann ich euch sagen. Das sind so eine Art Mini-Tresore, so wie wir sie auf dem Earth's Edge kennen. Introducing Gold Magazine. Diese Information habe ich gestern erst erhalten. Da liegt das goldene Magazin. Keine Sau wusste davon. Kein Data-Miner hat das Wochen vorher geleakt. Das kam gestern erst zum Vorschein und heute im Gameplay-Trailer offiziell angekündigt. Das ist eine Nummer. Und dieses goldene Magazin ist einfach nicht nur Gold und hat irgendwie mehr Munition. Es hat auch noch einen Sonder-Perk, den die goldenen Waffen, die wir sonst in Apex Legends in der gesamten Historie hatten, nicht hatte als Fähigkeit. Denn das goldene Magazin hat einen Zusatz-Patch. Oder nicht Zusatz-Patch, sondern Zusatz-Perk. Erstens hat es genauso viel Munition wie ein lila Mech. Also wie bei der Spitfire zum Beispiel, seht ihr ja gleich eindrucksvoll 55 Schuss. Aber wenn wir jetzt die Waffe mit dem goldenen Mech holstern, also quasi zur Sekundärwaffe wechseln, lädt das goldene Magazin die Waffe weggesteckt automatisch nach. Das soll nicht sofort passieren. Ich gehe mal davon aus, dass das so eine Cooldown-Zeit wie bei der Krypto-Drohne ist. Wenn du da beide Waffen leer schießt und gehst in deine Drohne, dauert das auch, glaube ich, 2, 3, 4 Sekunden. Eine genaue Zahl weiß ich hier leider nicht. Und erst dann sind die Waffen nachgeladen. Sonst wäre das doch mega OP. Und hier steht, wie gesagt, die Nachladezeit noch nicht fest. Zumindest nicht für uns. Ist auf jeden Fall ein mega geiler Perk. Und ich bin echt gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. So, die neue Legende muss ich natürlich jetzt nicht mehr sagen. Wir haben links nochmal den Bangalore-Skin und den Lifeline-Skin. Und rechts sehen wir Fuse. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das sein Standard-Skin ist. Wir sehen auf jeden Fall an der Repeater 3030 schon einen legendären Skin. Ein goldener Skin. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr edel aus. Und übrigens, genau, hier haut er gerade seine passive, nein, seine taktische Fähigkeit raus. Er hat ja recht so einen mechanischen Arm. Den kann er mit Granaten laden, mit seiner taktischen Fähigkeit sozusagen. Das sind so eine Art Cluster-Granaten. Noch ist aber nicht bekannt, wie die Cooldown-Zeiten sind. Und vor allen Dingen, wie viel er vielleicht in Reserve hat, bevor die Cooldown-Zeit beginnt. Und hier sehen wir in der Explosion richtig, dass das eben Cluster-Granaten sind. Die beim Aufschlag explodieren und sich in mehrere Projektile zerteilen. Seht ihr an diesen kleinen Funken-Explosionen. Ach, na eben. Hier sehen wir natürlich nochmal den legendären Skin der 3030. Und wie gesagt, hier sehen wir auch, glaube ich, nochmal eindrucksvoll, dass diese Waffe zwei verschiedene Schuss-Modi hat. Ich zeige es euch einfach nochmal. Aus der Hüfte. Und anvisiert. Hier sehen wir es auch. Im Visier. Hier. Diese zwei Lade-Animationen. Das ist so quasi diese Lade-Cooldown-Zeit, bis der Schuss dann losgeht. Und hier ist die Vermutung, warum wir davon ausgehen dürfen, dass Fuse keine drei Granaten stacken kann pro Inventar-Slot in dem Rucksack. Denn, das wird auch im Internet schon geschrieben, wir gehen davon aus, und ihr seht es ja selber, er lädt hier in seinen mechanischen Armen nicht seine taktische Fähigkeit, diese Cluster-Granate, er lädt da gerade einen Arx da rein. Also, ist davon auszugehen, dass er diese Granaten, ob das alle Granaten sind oder nur der Arx da, bleibt erstmal dahingestellt. Aber er scheint sie in seinen Armen laden zu können. Und man geht davon aus, dass er die weiter und präziser werfen kann. Fack. Wenn wir alleine schon den Bogen sehen, beim Anvisieren, schaut euch mal, das sieht man natürlich nur sehr, sehr schlecht. Ich versuche es mal noch ein bisschen besser hinzukriegen. Guck mal, wie weit das hinter geht, hier bis zu diesen Felsen. Das sind schon ein paar Meter. Und ich glaube nicht, dass wir so eine, ich sage schon fast gerade, Flugkurve mit dem Arx da so weit hinbekommen, auf so eine Distanz. Also, das kann eigentlich nur seine neue passive Fähigkeit sein. Was heißt, seine neue, seine offizielle passive Fähigkeit mit dem Arx da. Ob er normale Granaten oder vielleicht eine Termitgranate da reinladen kann, werden wir dann sehen. Hier sehen wir jetzt den Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit. Und auch hier sehen wir wieder so diesen Bogen, wenn er diese Ulti auflädt und quasi zielt, wohin er will, sehen wir hier an diesem grünen Lichtstreifen. Hier erscheint auch gleich dieser kleine Bogen, dieser Einschussbereich oder dieser Wirkungsbereich. Zack, hier sehen wir diesen Wirkungsbereich. Ich denke, der wird groß genug sein. Ungefähr so groß wie der Airstrike von Gibraltar, denn der haut ordentlich rein. Weil das Geile ist, wir sehen scheinbar hier oben an der Spitze, das ist der Punkt, wo diese Bombe explodiert und dann in einem Feuer oder Termitregen auseinanderfällt. Zack, und hier sehen wir richtig, wie das einfach vom Himmel regnet. Jetzt sind wir auf der offiziellen englischen EA-Seite. Wie immer ist es meistens so, dass die deutsche EA-Seite noch ein bisschen hinterherhängt. Deswegen bin ich hier auf der englischen. Es sind noch keine Patch-Notes draußen, aber wir sehen hier schon ein paar schöne neue Bilder vom King's Canyon. Ein bisschen besser auf jeden Fall. Und hier wird auch geschrieben, dass hier teilweise bestimmte Bereiche zerstört wurden, um die Third-Partys. Weswegen sich so viele über den King's Canyon aufregen und weswegen vor allen Dingen auch der King's Canyon aus der Rank-Liste geflogen ist. Das soll damit ein bisschen, ich sage mal, besänftigt werden. Es gibt auf jeden Fall viele interessante Sachen hier noch zu entdecken. Und Moment, on the fly High Ground. Ach so, genau, da komme ich gleich zu. Das darf ich unbedingt nicht vergessen. Es gibt nämlich Spots, wo wir uns vom Low Ground an ein und demselben Punkt zum High Ground katapultieren können. Es gibt nämlich so eine Art Aussichtspunkte, die wir steuern können. Mega interessant. Hier ist der erste neue Spot, der nennt sich Crash-Side. Das ist natürlich logischerweise die Seite, wo das Schiff abgestürzt ist. Heißt ja nicht umsonst Crash-Side. Dann gehen wir hier ein Stück weiter runter. Ich lasse hier bewusst aber diesen ganzen Text aus, damit ich es nicht noch mehr in die Länge ziehe. Auf jeden Fall ein paar schöne Spots. Und hier, das kennen wir schon aus anderen Seasons, haben wir diese Schieberegler. Da können wir so ein bisschen vergleichen. Artillerie zum Beispiel, wie das vorher aussah und wie es nach dem Impact quasi aussieht. Und hier haben wir quasi dann den Durchgang Richtung Artillerie oder von Artillerie weg. Dann haben wir hier den Tunnel der Richtung Artillerie geht, der vorher so aussah und jetzt dann so aussehen wird. Nächster Spot ist Spotted Lakes. Habe ich mir fast gedacht, dass der hier so heißt. Das ist halt Slums, so wie wir es vorher kannten. Und das ist Slums oder beziehungsweise Spotted Lakes. Der Bereich sieht übrigens dann ganz, ganz anders aus. Hier haben wir eins der neuen Gebäude, wie das von innen aussieht. Und das ist dieser High Ground, von dem ich gesprochen habe. Das sind so eine Art Aussichtstürme. Die sind anfänglich scheinbar erst unten. Das steht nämlich hier ganz oben beschrieben. Mit denen wir uns dann High Ground verschaffen können. Und dann fahren wir ganz nach oben. Hier haben wir übrigens diese Mini-Tresore, von denen ich gesprochen habe. Das sind Waffenkammern, die auf dem Flugschiff, was abgestürzt ist, gelagert wurden. Und mehrere davon sind quer über dem Kings Canyon verteilt. Nicht nur an festen Spots oder beziehungsweise an diesen festen Spots, sondern quer über der Map. Und hier steht auch, wie wir die Dinger öffnen. Wir brauchen keinen Tresorschlüssel. Grob übersetzt steht hier, findige Legenden haben herausgefunden, wie wir diese Dinger öffnen. Obwohl wir eine Sicherheitsfreigabe brauchen. Dann platziere einfach nur vernünftig eine schwere Waffe steht da. Das kann nur Sheila sein, ganz klar mit Ramport. Oder eben sämtliche Granatenarten. Hier steht es auch. Thermit, Arkstar oder die ganz normale Frack Grenade. Wenn die richtig platziert sind, können wir die Türen öffnen. Und haben Zugang zu Waffen, Aufsätzen und anderen Sachen. Von Rüstungen ist hier aber nicht die Rede. Ein weiterer Spot, was ich wirklich sehr, sehr sinnlos finde. Spot, The Difference, vorher so. Ich fand den Spot so als kleinen Mini-Loot-Spot, um dann weiter hinter in diese Richtung zu rotieren. Eigentlich ganz geil oder eben genau umgedreht. Das sieht jetzt einfach mal so aus. Völlig menschenleer. Also das verstehe ich nicht so ganz, warum das komplett weggenommen wurde. Bleibt abzuwarten, was hier unterirdisch vielleicht noch zu finden ist. Hier gibt es ja so einen kleinen Mini-Tunnel unterirdisch. Vielleicht liegt da ja noch ein bisschen was rum. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Und ansonsten war es das hier. Okay und last but not least, was ich euch versprochen habe. Die Geschichte um die Legenden, die ein bisschen beleibter sind. Dort hat sich Respawn wohl nochmal geäußert. Ich gehe da jetzt nicht bis ins Detail. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass sie sich dagegen aussprechen. Nochmal eine Legende ins Spiel zu bringen, die ein bisschen beleibter ist. Einfach die Problematik der Hitbox. Respawn hatte natürlich vor, eben als Apex rauskam, ein bisschen Individualität ins Spiel zu bringen. Dass nicht jeder dieselbe Hitbox hat und so weiter und so fort. Alles das, was die anderen Shooter-Spiele, wie bei COD, alle Gegner haben dieselbe Hitbox. Sie sind alle gleich leicht oder gleich schwer zu treffen, was bei Apex eben nicht der Fall ist. Und soweit ich das richtig rausgelesen habe, haben sie eben nicht damit gerechnet, dass das so eine Probleme mit sich ziehen kann. Und dann eben gewisse Leute eine kleinere Hitbox haben, schwerer zu treffen sind. Und dann muss man einen gewissen Ausgleich schaffen und bei den größeren Legenden eben ein anderes Profil erstellen, dass die einfach mehr Damage abkönnen und so weiter. Und das ist so ein bisschen so ein Punkt, wo ich denke, denn bereuen die, weil das eine Menge Probleme ins Spiel gebracht hat, um irgendwelche Legenden so zu fixen oder so zu patchen, dass alles halbwegs ausgeglichen ist. Und hier bringe ich auch gerne, auch für mich als persönlichen Beweis, das nochmal ins Spiel. Erinnert euch an Season 3, das System, nicht das System Override, sondern das Grand Soiree Event. Dort gab es diesen beliebten Dummy-Modus und dort hatten alle halt nur ein Dummy, dieselbe Hitbox. Ich persönlich mit meinen, ich sag mal, mittelmäßigen Skills habe deutlich besser gespielt, viel mehr Kills rausgeholt, als wenn ich gegen normale Legenden spiele. Einfach, weil das für mich ein Beweis war, die Hitbox und auch die Fähigkeiten machen in Sachen Skills nochmal eine Menge aus oder können schlechtere Skills deutlich anders ausgleichen. Für mich, ich hätte auch lieber, dass alle die gleiche Hitbox haben und das vielleicht nicht ganz so legendenabhängig ist, wie gut oder wie schlecht man eben zum Schluss spielt. Das ist aber auch eine reine Ansichtssache, nichts worüber ich jetzt hier eine Grunddiskussion auslösen möchte. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Und das soll es jetzt gewesen sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Vergesst bitte den Daumen nach oben nicht. Das Abo, wenn ihr neu seid, völlig kostenlos bekommt ihr regelmäßig von mir Apex Legends Content, News Updates und so weiter. In den nächsten Tagen gehe ich mal fest davon aus, dass uns die Patch Notes noch erwarten. Das wird bestimmt noch mal ein längeres Video, weil sich wahrscheinlich eine Menge in Season 8 ändern wird. Und auf jeden Fall werde ich euch die Patch Notes dann noch nachreichen in dem Video. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.